Der französische Maler Henri Moyat gehörte Anfang des 20. Jahrhunderts zu den ersten Künstlern des Fauvismus in Frankreich. 1905 nahm er neben Henri Matisse und anderen am legendären Pariser Herbstsalon teil, bei dem die avantgardistischen Werke der Fauvs für einen großen Skandal sorgten. In seinem Gemälde Jeanne à l'Ombrelle Cavalière aus dem Jahr 1906 verknüpfte Henri Moyat zwei seiner bevorzugten Motive. Seine Ehefrau Jeanne und die Landschaft Südfrankreichs. Jeanne war seine langjährige Muse und sein Modell für unzählige Werke. Das Gemälde zeigt sie unter einem leuchtend orangem Sonnenschirm in Cavalière an der Côte d'Azur. Von dieser Landschaft war Henri Moyat bereits seit seiner Jugend fasziniert. Hier fand er die Motive, in denen er seine moderne Malweise mit gleißenden Farben und einem flächigen Farbauftrag entfalten konnte. Das Original befindet sich in der Kunsthalle Bielefeld. Diese hochwertige Edition auf Künstlerleinwand ist auf 980 Exemplare limitiert und exklusiv bei Ars Mundi erhältlich. Das Original befindet sich in der Kunsthalle Bielefeld. 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 Untertitelung des ZDF, 2020